Das ist noch Probefahrt. Was? Probefahrt. Das kannst du sicher organisieren, dass wir mitfahren können. Ich würde mich noch nicht trauen, die sollen erst mal selber drin fahren. Das ist echt cool, du bist drin, das ist sicher gefördert von der EU, oder? Nein, das hat ein Schweizer mit einer bosnischen Frau verheiratet, aus der Revo. Der hat das meiste Geld finanziert. Das ist ein Geschäft. Das wird auch ein Geschäft. Glaubst du, dass das Bos nicht aufgefahren wird? Ich weiß nicht. Hätte es der Staat finanziert, wäre es schon lange fertig. Die haben nichts gemacht. Die haben nur die Genehmigungen gegeben. Okay. Okay. Das ist das. Das ist das. Rathaus. Ja, das sieht man von hier ganz gut. Das hat da begonnen oder ist immer weiter? Ja. Das wird in meiner Nacht da oben sein. Ja, das wird in meiner Nacht.